Hallo, mein Name ist Guido Marenbach. Ich bin seit 2004 bei der Firma STM beschäftigt. Meine Aufgaben sind die Beratung und der Verkauf von Hygieneartikeln und Ersatzteilen und die Beratung und der Verkauf von Neuanlagen, Anlagenteilen und Stallausstattung. Ganz besonders gefällt mir bei der Firma STM das kollegiale Verhalten und die Teamarbeit.